Eilen, schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Alles cool? Nein. Glückwunsch. Warum trauen Sie sich so erschreckend, unerschrocken, Migranten pauschal schlecht zu reden? Naja, also wissen Sie, ich bin ja kein Nazi. Aber wir haben es hier mit einem veritablen Problem mangelnder Integration junger Menschen zu tun. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir so vornehm sagen. Also das sind diese Ausländer und Flüchtlinge. Ich sage meistens einfach kein ***. Und dazu noch Ihre Söhne, die kleinen Paschas. Wir haben hier ein Problem mit Menschen, die nicht aus unserem kulturellen Umfeld kommen, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Das wissen Sie, Sie sind ein gutes Beispiel dafür. Also Sie reproduzieren ja so ein bisschen Stereotype. Nein, also Herr Lanz, man muss es deutlich sagen, der hat in diesem Land nichts zu suchen. Okay. Tschüss. Das war sehr informativ. Dankeschön. Tschüss. Nachsch parallel. iska scooterures. Wie kann der outstanding Ausland das Bade? Das ist die erste Ausland. Sehr prima.